Stellen Sie sich hin. Zum Auflockern gehen Sie ein paar Schritte auf der Stelle. Positionieren Sie nun Ihre Standbreite so, dass eine Fußbreite zwischen Ihren Füßen Platz bleibt. Nun bringen Sie Ihre Hände hinter dem Rücken auf Beckenhöhe zusammen und führen Sie Ihre Arme mit gestreckten Ellenbogengelenken so weit es geht nach hinten vom Körper weg. Halten Sie diese Endposition 8 bis 10 Sekunden und wiederholen Sie diese 8 bis 10 Mal. Bitte achten Sie bei der Ausführung, dass Sie nicht in die Überstreckung der Lendenwirbelsäule geraten. Stellen Sie auch hier Ihr Becken neutral ein. Sie werden merken, dass in der Standposition das in neutraler Position gehaltene Becken vermehrt Bauchmuskelaktivität erfordert.